Hallo und recht herzlich willkommen liebe Assassin's Creed Unity Freunde, mein Name ist Sirius und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, Mensch, wo pausiert das denn gerade und wieso war die letzte Folge mal wieder nur 12 Minuten lang? Und in der Tat sind das immer wirklich riesige Gigabyte Files, die ich hier aufnehme und wenn du so 50 Gigabyte voll hast, hast du die auch manchmal so nach einer halben Stunde spielen, hast du die einfach vollgeballert mit Gameplay-Volumen. Und jetzt begann gerade diese Zwischensequenz, ich schwöre es ist noch kein einziges Wort gefallen, ich stecke in einem Heuhaufen und warte und dann beginnt diese Sequenz und als die Sequenz gestartet ist, habe ich mir gedacht, ey wieso leuchtet eigentlich das Aufnahmeländchen nicht mehr? Also ihr habt eigentlich gar nichts verpasst, außer dass ich in einen Heuwagen gegangen bin und dort gewartet habe. Viel Spaß beim Gameplay. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. So, da bin ich. Neues Ziel. Untergrund, Widerstand, verfügbar, Sicherheitsplan erhalten, okay. Einen haben wir schon mal. So, wie rufe ich jetzt nochmal den Untergrund, ähm, den, ähm, ich werde jetzt erstmal nach und nach ein paar Leute töten, oder? So, wir machen einfach ein paar Kills. Das ist, glaube ich, nicht das verkehrteste. Das ist der Widerstand, der mir helfen wird. Achso, ich könnte jetzt versuchen. So wie so ein Wärter. Ne, es ging nicht. So, wie rufe ich jetzt nochmal den Untergrund, Widerstand? War das nicht, dass man hier irgendwie eine Taste rücken musste? Verräter, Sympathisant, Konservativer. Da hinten ist das, okay. Soll ich dir die Leber durchbogen? Ah, ha, ha, ha. Ist das so eine neumodische Limpfanzer? Stimmt etwas nicht. Hey, was ist das, Moment? Ja, wie unelegant. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, abbrechen! Wie rufe ich um Hilfe? Wer weiß, wie ich die Leute um Hilfe rufe, die ich hier mitnehmen kann. Mann, wie nehme ich die denn mit? Ich habe doch hier diese Unterstützung. Die kämpfen hier schon mit, oder was? Okay, jetzt haben wir hier eine Boxerei. Wollen wir mal gucken, irgendwo lag dort der Typ am Boden jetzt, den habe ich ja schon fast platt gemacht. War jetzt nicht so ein stilvolles Attentat, wie wir es natürlich vorhatten, aber das soll mir ganz egal sein. Jetzt bist du fällig! Steh nun auf, mein Bruder. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergibt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hotel de Beauvais heute an. Plündern? Wollen wir ihn plündern? Natürlich. So. Oh. Da werde ich noch erschossen zum Schluss. Aber das war auch wirklich unelegant gelöst, muss ich jetzt sagen. So, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt hier wirklich... Ich gehe hier am laufenden Band einfach drauf. Das gibt es echt gar nicht. Also, ich habe das jetzt noch nicht irgendwie gescheit geschafft, so wie ich mir das vorstellen würde. Ich habe das jetzt echt ein paar Mal versucht, ich sage jetzt mal nett zu spielen, ja. Und das ist... Ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber es ist schon echt eine Hausnummer hoch zehn. Also, entweder kämpft ihr euch da durch. Ich versuche es jetzt nochmal echt extrem langsam zu machen. Das Problem ist, dass der Typ gar nicht bei mir vorbeikommt, so, sondern... Sondern, dass der wirklich... Genau an der anderen Seite, der geht halt so da drüben raus, da wo ich jetzt hingucke. Und da sind eigentlich mega viele Wachen. Also direkt, ähm... Vier Stück und es sind auch Leute oben am Dach. Ja, also ich könnte jetzt auch nicht über das Dach gehen, um da, ähm, zu entfliehen. Ich suche mir hier echt ganz schwierig einen Weg. Ich weiß auch nicht, ob der dann hier das Gebiet verlässt oder was, aber der geht auf jeden Fall jetzt nicht unseren Weg hier entlang, sage ich jetzt mal. Der geht genau auf der anderen Seite vorbei. Also wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken wollen, einmal, dann, ähm, ist der ja irgendwo hier und der geht dann nach hier und irgendwie so nach da. Also da... Ich weiß jetzt nicht, was er danach macht, ob er dann nochmal hier vorbeikommt oder irgendwie so. Ähm, das konnte ich jetzt, beziehungsweise das habe ich noch nicht gecheckt. Vorher bin ich immer draufgegangen. Ich habe mir gedacht, das kriege ich halt so gelöst. Aber das habe ich halt doch nicht geschafft. Ich hoffe mal, dass es jetzt hinhaut. Es ist wirklich ein bisschen... Das ist dann auch nicht gerade hilfreich, wenn er dann hier so an so ein Kreuz springt, anstatt, ähm... Hm, hm, hm. Wir können die jetzt hier so anlocken, indem wir so machen. Ja, also das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man Leute auch killen kann. Das finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Jetzt bin ich echt mal interessant, wo er hingeht. Ja, guck mal da. Vielleicht geht er doch nochmal am Heuwagen vorbei. Das wäre natürlich genial. Und, habt ihr die Bezahlung erhalten? Noch sicher, mein Punkt. Ihr habt Frankreich und dem Orden einen großen Dienst erlassen. Das vergessen. So, jetzt ist er da. Okay, schauen wir... Werfen wir nochmal eben einen Blick auf die Karte. Ich weiß noch nicht, wir haben das zwar vorhin gesehen, aber es sah ja wirklich so aus, als würde er einmal durch das ganze Gelände gehen, ne? Ich bin gespannt, ob er nochmal hier rüberkommt. Jetzt geht er da hinten her. Das ist jetzt eigentlich ein guter Moment, oder? Komm, jetzt kriegt er einfach eine. Yeah! Getötet, Finisher! Das haben wir jetzt eigentlich schon gesehen, oder? Kann ich nicht. Okay, und jetzt müssen wir uns verpissen hier. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wurde ich schon gesehen? So, ich hau jetzt echt einfach ab, komplett. Wird mir hier keine große Mühe geben, irgendwie stehen zu bleiben, oder sowas, oder irgendwelche coolen Tricks zu machen. Ich laufe einfach aus dem Gebiet raus. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Es sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Yeah! Mann, 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 es war doch einfach. Wir konnten warten, bis der kommt. Also, mein Tipp für euch, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und noch spielen wollt, ey, versucht den nicht in der Menge von den Leuten zu töten. Wartet lieber auf einen stillen Moment und so. Es lohnt sich echt. Ich habe das jetzt vier oder fünf Mal probiert. Und somit haben wir Sequenz 5, Erinnerung 3. Der Prophet abgeschlossen. Wir haben keinen Attentat aus der Deckung gemacht, aber das ist mir jetzt im Moment scheißegal. Fertig gespielt. Wuhu! In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Warum? Wo sind wir hier? Da sind wir. Wuhu! So sieht es hier aus, meine Freunde. Das ist ja ein Ding, oder? Jetzt haben wir hier erstmal Datenbank freigeschaltet. Okay, neue Assassinenfähigkeiten. Das ist ja nett. Dankeschön. Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Im Fähigkeiten-Minute wurden nun neue Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Meister der Einhandwaffen. Meister der Stangenwaffen. Meister der schweren Waffen. Abrollen. Luftdoppelattentat. Dickeres Fell. Schloss Knackergeselle. Um diese zu kaufen, benötigt ihr Sinkpunkte. Blablabla. Okay. Also man kann neue Fähigkeiten kaufen, wie man sieht. Schleichen fände ich ja gut. Das habe ich schon, was das? Abrollen. Ah ja, aus höherer Höhe springen. Das gab es aber schon. Doublekill. Das ist ganz cool. Das mag ich eigentlich. Wie viele Sinkpunkte haben wir denn? Aber wir haben nur 5. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nahkampf. Was haben wir hier? Meister der Stangenwaffen. Ne. Meister der Einhandwaffen. Das finde ich gut. Oder? Was kostet das? Lernen Sie Schwerter und andere Klingenwaffen zumeist, um stärkerer Angriffe durchzunehmen. Halt mit ausgerissen Schritt X zurück, um diese Fähigkeiten einzusetzen. Ja. Das kaufen wir mal. Okay. Okay. Das hätte ich gerne. Tada. Und dann hätte ich gerne als nächstes dann, würde ich ganz gerne nochmal meine Gesundheit ein bisschen pushen. Und das wäre dann hier dickeres Fell. Dafür brauchen wir jetzt 5 Punkte. Die haben wir momentan noch nicht. Da müssen wir uns später mal was zu Einfall lassen. War es nicht sogar so, dass man Punkte kaufen konnte, meine Freunde? Unglaublich. So, da sind wir. Training freigeschaltet. Starker Angriff. Und? Wir sind wieder im Spiel. Okay. Zack. So schaut es aus. Screenshot machen. Ich will nochmal einen Screenshot machen. So, wo Arno zu uns kommt. So. Aber wo hier ist? So ein gammeliges Viertel, oder? Ja, haben sie wieder eingeklaut. Beklaut. Das ist mir doch ganz egal. So, wir könnten Theatermissionen machen. Kennt ihr ja. Das mache ich heute die ganze Zeit. Ich zoome immer so rein und raus für uns. Was war das? Irgendwie exportieren. Fertig. Oder so. So. Sequenz 6 könnten wir da anfangen. Ähm, was ist das? Versailles. 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 Wo ist denn hier unser Theater überhaupt? Wo liegt das denn nochmal? Das ist doch irgendwo. Gott, jetzt bin ich vollkommen aufgeschmissen auf der Karte. Pariser Geschichte. Was ist das? Das ist Training. So, wo ist denn nochmal? Unser Café. Ist das das, wo das rote Haus ist? Ne. Nicht renovierter Gesellschafts-Club. Achso, die könnten wir auch noch übernehmen. Wahrscheinlich, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Ein teuflischer Trick. Bericht über satanische Erscheinungen. Müssen überprüft und beendet werden. Wollen wir das mal machen? Irgendwie so eine Nebenmission hier? Das wäre eigentlich auch mal nicht schlecht, oder? Ich kann mich da momentan noch nicht ganz so entscheiden, was ich da so machen soll. Ich reise mal. Ich mache mal heute mal eine Schnellreise ausnahmsweise. Das haben wir ja noch nie gemacht, oder? Ja, machen wir das mal. Wollen wir uns mal angucken, wie schnell das wirklich ist. Ob das hier so rucki zucki geht oder ob das Spiel uns da doch ein bisschen verarscht und wir jetzt hier irgendwie zwei Minuten im Ladebildschirm hängen und wir uns lieber hätten Paris schöner reinziehen können. Ich halte eigentlich von Schnellreisen irgendwie nicht so viel. Ich finde immer, so eine Welt muss irgendwie erlebt werden. Und natürlich ist es weit, aber ich mag das halt eigentlich mit dem Hin- und Herlaufen. Das finde ich irgendwie ganz gut. Unverbrauchte Sync-Punkte. Ja, 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 ja. Ach, das ist hier der Schnellreisepunkt, ne? So, wo war denn jetzt hier... Wo wurde denn jetzt die Hauptmission angezeigt? Gar nicht mehr? So. Ähm, 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 ähm. Wieso sehe ich das denn jetzt hier nur so... Sehe ich denn jetzt nur den Teil der Karte? Na, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Missionen? Schwierigkeit? Also im Moment sehe ich nur das. Wieso sehe ich nicht die ganze Karte? Bin ich gerade zu verwirrt? Ich habe heute echt schon viel gespielt, gerendert, geschnitten, hochgeladen und so. Es könnte durchaus sein, dass ich gerade unter leichter Verwirrung leide. Aber auf jeden Fall, hier kann man ganz schön sehen, hier tragen wieder alle so schicke Klamotten, schicke Kleider und sowas, ne? Die Gegend ist auch ein ganz klein bisschen gepflegter so. Ist alles wieder ein bisschen hübscher geworden. So, aber was mache ich jetzt heute hier? Was mache ich heute hier, meine Freunde? Wo ist mein nächstes Ziel? Wo will ich hin? Was könnte ich unternehmen? Ha. Hübsche Kirche, aber da waren wir sicherlich auch schon drauf. Das sind alles Sachen, die mich nicht interessieren. Missionen? Das ist nur die Schnellreise. Sehenswürdigkeiten? Also die Schnellreise hat es mir jetzt irgendwie gegeben. Warum habe ich das gemacht mit der Schnellreise und was hat mir das gemacht? Gar nichts. Jetzt bin ich irgendwo hier, wo irgendwie gar nichts los ist, oder? Okay, bin ich wieder ein bisschen schlauer geworden. Ist eine komische Folge heute, glaube ich. Ach so. Ja, ach so. Wir waren nur... Ach, wir waren nur in Versailles. So, so, so. Und ich habe gedacht, wir reisen da zu einem Punkt innerhalb von Paris. Also einfach da, wo der Punkt jetzt gekennzeichnet war. So hatte ich mir das vorgestellt. Boah, ich sollte für heute... Ich glaube, ich habe echt für heute genug gespielt. Manchmal ist man dann so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und da wirklich nicht mehr weiß, was man machen soll. So, meine Freunde, ich mache jetzt einfach Folgendes mit euch. Bevor ich die Sequenz hier starte, ich stehe ja direkt davor, würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke dafür. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gerne Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Tschüss.